Hallo und willkommen zurück zu Die Young. Wir sind jetzt hier nochmal im Haus und lesen mal die Zeit, die ich letztes Mal vergessen habe. Gucken. September 8.9.10. Fragezeichen. I can't stay here anymore. Ich kann hier also nicht mehr bleiben. I'm losing my mind. Ich fühle mich, fühle ihn, ich sehe ihn. Er umkreist dauerhaft immer das blöde Haus. Ich habe nichts mehr zu essen übrig. Ich sterbe an Durst. Die verdammte Pumpe geht ständig kaputt. Ich muss entkommen. In der Nacht oder niemals. Ich will. Ich werde zur nach Osten rennen Richtung Strand. Ich will von dieser Insel entkommen. Ich werde von dieser Insel entkommen. Ich werde schwimmen, wenn ich muss. Achso, noch eine Ratte haben wir. Gut, der hat ja wahrscheinlich irgendwelche Bilder gemalt. Au. Letztes Mal haben wir es aufgeschafft. Haben voll die Beine gebrochen hier. Wollte was craften. Moment. Hier die Ratte nicht wegschmeißen. In der Ratte reicht mir. So, jetzt geht es mir schon besser. So, was ist jetzt der Plan? Der Plan. Ich will eigentlich die Riese verbrechen. Ich habe eine Weibung. Da ist die Fläuse und ich werde heute auch noch die Regie verbrechen. Ich habe ja einen Schraubenflüttel. Damit kann ich es reparieren. Aha! Das ist noch viel gut! Vielen Dank! Ich habe ein Schraubenflüttel. sehr schön wir haben endlich wieder eine verlässliche wasserzufuhr der wird gleich mal gequicksafed to do list das haben wir abgeschlossen jetzt haben wir hier noch ruiner kunden freunde finden den schlüssel finden da ist da ist ein junge gefangen im aussichtsturm im aussichtsturm keller oder wohnluge vielleicht kann ich ihm helfen rauszukommen ich wollte ihn nicht zurücklassen aber ich brauche wirklich ich muss wirklich rausfinden wie ich den schlüssel finde ist das der bohnen oder ist das irgendwas anderes die karte hier dieses kleine schnitzelchen das regt mich ein bisschen auf hätte es gleich ganz weglassen sollen bei dem ding kannst du dich einfach nur kackdreck orientieren das geht einfach mal rein zu den ruinen woops nehm ich mit oh ein sandblumenfeld und gibt es hier irgendwas Tempelruinen gefunden da ist ein bein okay eine aufgabe und arbeitsreport 25 märz subjekt routine 3 metovs ein typhanum skulptur oh man ich gucke gerade einer an nehm ich kann doch so nach hinten kommen okay gut dann glaube ich sogar ein bisschen in slow motion merkt er mich noch ne ich glaube nicht trotzdem lassen wir hier hoch weil ich glaube nicht dass der dicke klettern kann so und hier drin bin ich einfach ein bisschen sicher so jetzt kann ich nochmal lesen was da stand drauf ähm Dokumente da ja recovery operation from the temple side in the sunflow field projects expanditly recovery operation also die erkundungs ne recovery ist doch der herstellungs operation des äh der tempelseite im sunbloomfeld prozess expanditly weiß ich nicht das werke ich das das die 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 climbed die die Irgendwas vom Bruder Nummer 2, irgendein Report, wie vielleicht die Arbeiten vorankommen. Wir haben irgendwelche Leute dafür abgestellt, sowas. Ja, und diese komischen Briefe, die kann ich übelst schlecht übersetzen. So, noch eine Pflanze bekommen. Okay, da ist irgendein Dicker mit der Sensel im Fälschen. Also wir hatten doch hier noch ein Map. Tempelruins, aha. Okay. Vielleicht kommen wir ja an dem vorbei. Ich glaube, den will ich nicht unbedingt bekämpfen. Der ist ja gefühl, der ist ja 10 Meter groß. Ich weiß, er ist doch wirklich 2 Meter groß. So. Ich muss mir nochmal das Bein angucken, was da lag. Also sage ich jetzt so, wenn ich in meiner Rolle bleibe, als, wie hieß die Bethany? Dann will ich mir wahrscheinlich kein blutiges Bein irgendwie angucken, wenn ich vorher schon meine Freundin Rose in zwei Teile zerrissen irgendwo gefunden habe. Also. Gratuliert er hier? Geschärft seine Sensor. Äh. Nur ein Bein kann ich mich leider angucken. Hehehe. Use tall grass. Richtig klein hier, dieses Gras. Flasche. Ich habe nämlich zwei Flaschen. Das ist nur so eine Dose. Ich muss nur mal in der Platte weghauen. Und die Dose mitnehmen. Und das ist Essen. Hier ist ein Fuchs. Hallo Fuchs. Verdammt, Alter. Ich weiß nicht, ob der hier alleine ist. Oh. Hier ist ein... Ich wähle jetzt eigentlich eine Crowbar, ne? Oh, ist ja, das Blatt gedreht. Ein, äh. Ein Brecheisen. Mit dem Stock. Her mit dem Brecheisen. Press Tab. Crowbar, a little bit rusty, but this doesn't do this jobs. Na, ich kann mich auch eine Crowbar selbst herstellen. Oh. Wie kann der mich sehen durch mein Feld? Ich sehe ihn da auch nicht. Da hinten auch noch irgendwas, wo die Raben drüber fliegen. Irgendein... Ein größerer Platz. Ja, hier sind wir vielleicht gerade keiner mehr. Was ist denn das? Entrieb, Kapazität plus eins. Ich kann Wasser mitnehmen. Ah, das ist eine Wasserflasche. Das tue ich geil. Oh, da ist der Dicke. Das tue ich cool. Jetzt haben wir noch eine Reserve-Notfallflasche. Oha, da ist er. Jetzt haben wir noch eine Ziege. Wir müssen ja noch die Ruinen erkunden. Aber von irgendwelchen Auber, dann sehe ich hier nicht viel. Jetzt ist nur der Dicke mit der Sense. Und ein Bein. So, wir sind mal bei den Ruinen. Da, wo nur der Dicke bleibt da. Können wir das machen. Okay, hier ist nichts Gefährliches. Wir müssen hier alles Schönes finden. Geht's mir jetzt in den Brecheisen. Das ist schon mal nicht schlecht. Da kommen wir vielleicht dann... Oh, der kommt auch hierher. Scheiße. Da kommen wir dann zumindest irgendwann, wenn wir irgendwo Schlösser haben. Äh, können wir die aufbrechen. Oh, hier liegt doch jemand, oder? Oh, verdammt. Der ist hier irgendwo in meiner Nähe. Geht's mir irgendwas mitnehmen? Brief. Wo hat er das gehört? Kackvögel. Schnell hat hier irgendwo seine Axt. Oder eine Axt in Sense. Es umkreist ja doch nicht erstmal hier dieses Kack. Ruine, wie soll ich die jetzt erkunden? Hier ist irgendjemand ohne Kopf. Keine Meldung. Und... Oh, hier. Liegt da. Okay, anscheinend erkennt sie ihn nicht. Sprode Tablet Ruins. Komplett. So, ich geh erstmal hier rein. Oh, da kommt er schon. Kacke. Eigentlich bin ich ja gerade geheidet. Stopft doch vorbei. Er stopft vorbei, ne? Gut. Dann kann ich mal reingucken. Oh. Ich glaube, ich gehe zuerst zum... Ich hau erst mal ab und gehe Richtung Haus, sonst wäre ich ein bisschen sicher. Und lese dort erst mal den Brief. Kann ich mir auch gleich meine Wasserflasche auffüllen. Bin mir hier ein bisschen zu Whisky. Ich kenne nicht, wie schnell sie wieder zu Atmen kommt. Ich gehe wieder ins Oberbeschoss. Aber ich glaube nicht, dass die klettern können. Die Dicken. Oder allgemein die Verrückten. Ähm. Ja, aber jetzt weiß ich ja nicht, was ich mitgenommen habe. Das nicht, das nicht. Ich wusste, weiter. Aha. Das hier. Ja, die habe ich wahrscheinlich mitgenommen, hä? Nochmal ein Arbeitsreport. Irgendwie eine... Irgendwie eine... Die Fliet in alle Richtungen und rannten ins Sonnenblumenfeld. Einige der Ausrüstung und Werkzeuge ist verloren gegangen im Feld. Du interweifst immer wieder, aber ich informiere dich, dass du in der Verrückung und Verrückung und Verrückung und Verrückung. Also wir wollen sie schnellstmöglich ersetzen, aber irgendwie klappt es auch nicht so ganz gut. More of the presence for lost. Okay. Also es gab einige Probleme im Maisfeld. Gut, das sagt jetzt unsere Items, hä? Was ist denn jetzt hier noch? Ach da. Die Wasserflasche. Ja, genau. Können wir noch voll machen. To-Do-Liste. Table-Ruinen haben wir gegründet. Wasser macht man noch voll? So. Und... Nehmen wir gleich auch nochmal einen Schluck. So. Gut, aber da würde ich immer sagen... Sind wir für die Folge wieder... Am Ende... Haben wir jetzt die Ruin erkundet. Danach geht es dann weiter... Richtung... Ruinen haben wir. Das Haus müssen wir noch. Das ist irgendwo... Äh... Da. In die Richtung ist irgendwo noch das Haus. Dann können wir auch da noch den Brunnen abgreifen. Da haben wir dann auch alle Brunnen... Ähm... Erkundet. Außer einen von den beiden. Ja, und dann danke ich fürs Zusehen. Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020